Herzlich willkommen zu Gut zu Wissen. Heute geht es bei uns um Schäden durch Leitungswasser. Und bei mir im Studio begrüße ich Dirk Storm von den Itzehoher Versicherungen. Hallo Herr Storm. Hallo Frau Zell. Die Zahl ist schon erstaunlich. Mehr als eine Million Schadensfälle jährlich gibt es durch Leitungswasser. Und die Versicherungssumme ist auch extrem hoch. 2 Milliarden Euro kommen da insgesamt zusammen. Welche Versicherung hilft mir denn, wenn mir so ein Leitungswasserschaden passiert? Beim Hauseigentümer sind es 2 Versicherungen, die dort zum Tragen kommen. Zum einen ist es die Wohngebäudeversicherung für die Schäden am Wohngebäude. Also die Leitungsschäden, die Wände, die vielleicht gemacht werden müssen. Und dann ist es zum anderen die Hausratversicherung für alle beweglichen Dinge wie Schränke, Teppiche, die auch in Mitleidenschaft gezogen werden können. Wenn ich jetzt in einem Einfamilienhaus lebe, ist es relativ einfach, was die Versicherung angeht. Was ist denn aber, wenn ich in einem Mehrfamilienhaus lebe? Was greift dann da? Wie geht es dann weiter? Eine interessante Konstellation, die Sie ansprechen, wenn ein Leitungswasserschaden auftritt, weil irgendwo ein Zu- oder Ableitungsschlauch vielleicht geplatzt ist. Dann hat Wasser ja immer die Angewohnheit, nach unten zu fließen. Und wenn der Nachbar über mir dann auch nicht im Hause ist und es auch keiner merkt und es in die untere Wohnung reinfließt, dann ist es gut, eine eigene Hausratversicherung zu haben, die dann auch da den Schaden zum Neuwert ersetzt. Das wäre schon sehr ratsam. Schäden durch Leitungswasser treten 275 Mal häufiger auf, als wir annehmen. Das hat eine Studie der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen ergeben. Beispiel die Vorwahl von Geschirrspülern oder Waschmaschinen. Das Gerät schaltet sich erst nach Wunsch vier oder fünf Stunden später ein, wenn niemand in der Wohnung ist. Das Problem, platzt ein Ventil oder rutscht der Schlauch ab, dann verteilt sich das Wasser ungehindert im Haus oder in der Wohnung. Hat man keine Hausratversicherung abgeschlossen, bleibt man auf den Kosten sitzen. Und das auch, wenn einem das Missgeschick nicht selbst, sondern einem Nachbarn passiert ist. Was für Schäden, Herr Storm, durch Leitungswasser sind denn die häufigsten? Nun, wenn so ein Leitungswasserschaden auftritt, dann brauchen Sie zunächst mal eine Trocknungsfirma vielleicht, die das alles trocken legt. Es müssen Reparaturarbeiten vorgenommen werden am Leitungssystem. Es müssen Möbel ersetzt werden, Teppiche oder sonstige Dinge, die kaputt gegangen sind. Und wenn die Wohnung unbewohnbar ist, im Zweifel auch noch Hotelkosten, die da anfallen können. Also da können mehrere tausend Euro schnell zustande kommen, auf denen man im Zweifel sitzen bleiben würde. Ganz kurz nach, wo kann ich mich beraten lassen? Bei den ZUWA-Vertrauensleuten in Hamburg können Sie sich gut beraten lassen und auch vor allem den richtigen Versicherungsschutz für sich herausfinden. Ja, Herr Storm, vielen Dank für die vielen Informationen. Und das war es auch schon wieder von gut zu wissen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.